Liebe Fans, der Sieg gegen Ingolstadt hat sehr gut getan für uns, für euch auch glaube ich. Jetzt haben wir ein schwieriges Spiel gegen Hertha in Berlin. Wir wissen schon, dass viele Fans zum Spiel kommen und wir freuen uns davon und wir hoffen, dass wir ein gutes Spiel liefern können und einen Sieg für euch zu haben.